Wir kriegen's mit Kett zu tun. Da sind da! Wow, großartiges Schuss. Kett, Wasser bleiben! Oh-oh. Zuhu Nomad. Zuhu, noch drei. Ziele ausgeschaltet. Noch zwei. Wieso... ...graduliere ich die ganze Zeit leben? ...maß ist die Waffe der Beste der Rüstung. ...iksichuhe... ...lösen, wenn man die Kettbremse nimmt. Ja genau, bewegt dich doch nicht, Mann. So, an und an. An und an. Mal schauen, was es da so gibt. WTF? Ach Scheisse. Komm, zur Nomad, zur Nomad, go, 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 go. Nein! Nicht jetzt, ach Gott. Scheisse Lebenserhaltung, ey. Die Tag, die wir auf Habitat 7 gefunden haben, ist also die gleiche wie hier? Sieht so aus. Zumindest nach dem, was Pibi erzählt hat. Dann sind es jetzt schon zwei Planeten. Was bedeutet das? Sie wissen, was es bedeutet. Wir satteln auf und finden es raus. Alles klar. Kann ich da irgendwas machen jetzt mit dem da? Das sieht nicht so aus. Was passiert, wenn ich dort abschieße? Okay. Was passiert, wenn ich dort abschieße? Was passiert, wenn ich dort nicht füge? Nein, es ist so aus. Wir müssen uns auch unsere Reims auf. Macho. 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 Assembler Ja, ich zeige Geht mal da Was ist hier? Was ist hier? Zero Element Und was ist das da? Kaniere Zier Zero Element Und was ist das da? Oh oh, elektrische Rein da Okay, was ist das da? Okay, was ist das da? Keine Munition mehr? Oh oh Wird nichts mehr, oder was? Ich habe nirgends mehr Munition Vielleicht Brand Munition? Dann vergesse ich es, gar nichts Scheiße, und jetzt? Ja Geht mal auf denen los Vielleicht finde ich noch ein bisschen Munition Oh nein, das war eine schlechte Oh nein, das war eine schlechte Mach's Leine auf allen Seiten Alles nicht mehr Ich habe da Ich habe da Ich habe das Geht mal, nein Ich habe das Ich habe der Das ist Warum Verstärkung? Wussten Sie, dass wir hier sind? Oh, ich habe wieder Munition, Sascha. Der Monolith ist gut geschützt. Wir müssen die Energieversorgung des Schildes unterbrechen. Okay, ich komme hier nach wo. Ich stehe da oben. Ich stehe da oben. Nichts wie hin, bevor doch noch mehr kommen. Ich stehe da oben. Wer sind Sie? Das war ziemlich cool. Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. Ich bin der Pathfinder. Tatsächlich? Mein Name ist Scott Ryder. Sie verzeihen, dass ich Fremden von der Nexus nicht vertraue. Sie haben uns Korganer nicht gerade gut behandelt. Was machen Sie hier draußen? Nicht nur Sie machen hier draußen Jagd auf Kat. Mit der Bewaffnung erlegen Sie eine ganze Armee. Die Nexus weiß nichts über die Kat. Sie wehnt sich sicher und wartet im Weltraum doch nur auf den Tod. Ich bin jetzt schon eine Weile im Einsatz. Ich schalte Kettbasen aus und bekämpfe Bodentruppen. Ich weiß, was Sie können. Schön ist es nicht. Wissen Sie, wir könnten einen Korganer wie Sie gebrauchen, Drek? Schmeichelhaft. Aber wissen Sie, wie viele Menschen ich schon sterben gesehen habe? Sie sind Fleisch und behindern mich nur. Außerdem helfe ich den Nexus erst an dem Tag wieder, an dem die Wolken sich teilen und die Kat hinüber sind. Nichts mehr ungut. Schon okay. Gut, denn langsam langweil ich mich und die Kat werden immer stärker. Sie scheinen sich besonders für diese Alien-Tech zu interessieren. Die Relikte? Ja, genau die. Ich suche mir jetzt was, worauf ich schießen kann. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Alle Komponenten von Anlage 2 liegen jetzt vor. Dann gehen wir jetzt zur Forschungsstation von Anlage 2 und finden heraus, was man damit anfangen kann. Anton. Darin T. Wir können nicht ungeschehen machen, was hier passiert ist. Aber wir können dafür sorgen, dass man sich an ihn erinnert. Ja, das können wir, Pathfinder. Agatnehu. Nestle Cat. Ich brauche keine Übersetzung, um zu wissen, wann ich einem Monster zuhöre. Erweitere Sprachendatenbank. Das ist hier hinten. Notiz, Forschung, Sabine, Mise und Agatnehu. Ja. Ja. Das ist der Schluss. So, und jetzt. Sind wir hier. Hm, Monolith optimieren. Wollen wir das machen? Wo ist denn der? Der ist doch da oben. Der ist doch da oben. Je mehr desto besser, oder? Ach, der ist der auch so. Zweig lief in Scannen. Okay, das ist in der Zeit. aha die müssten hier oben sein einer oder andere hier hier strahlenbelastung liegt im normalbereich habe ich das geld wieder hergestellte andere gespürte hier oben da komme ich da wieder hoch Hm. Moment. Irgendwas ist noch da. Eingabe konzentriert. Das hat... irgendwas bewirkt. Ich sehe überall Bahnen aufleuchten. Die Monolithen resonieren. UVK-Kontakt? Tja, was auch immer passiert. Auf jeden Fall verbinden sie sich. Gute Arbeit. Machen Sie weiter. Man könne jetzt. Komm, ich versuch das da und dann gehen wir wieder mal zurück. Okay, das ist der dritte. Okay. So, Nomad. Kann ich die nicht rufen, die Nomad? Mit einigen Schunkern. Die Fahrtungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Was ist das denn? Hm, gibt's auch das denn. Aha. So. And wir gehen jetzt... Ok, das passt. Warum gehen wir uns zuerst dahin? Das ist da. Was wir in unserer Reise hatten. Grüne Wiesen, Flüsse, Wälder. Ich frage mich, wie es hier letzten Endes wirklich aussehen wird. Weniger Todesstürme wären ganz nett. Wir werden es hinkriegen. Ein Pathfinder genügt um...